Musik Auf eine musikalische Zeitreise führte die Truppe von Karo Musik die Gäste im Volksbildungshaus Oberlisse. Genauer gesagt in die echt starken und kultigen 80er Jahre, dort wo ein Hit den anderen jagte und die Menschen so richtig Party machen verstanden. So kam das Publikum im Volksbildungshaus Oberlisse voll auf seine Kosten. Kulinarisch vom Team Harig verwöhnt, ja Mensch, was willst du mehr? Musik Ja, wir stehen da vor einem tollen Plakat, wir haben auch schon ein paar in Kostüm gesehen. Um was geht es da heute? Ja, wir kommen ja aus der Zeit, 80er Jahre, und wir wollten einmal die 80er Jahre wieder aufleben lassen. Und das natürlich in den klassischen 80er Jahr Outfits. Wir haben versucht, das musikalisch auch so umzusetzen. Musik Wir ziehen uns, glaube ich, 20 Mal um. Und es ist sehr aufwendig, aber es macht irre Spaß. Und ich freue mich, dass wir heute da in Gerersdorf vor vollem Hause unsere Premiere feiern können. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr da seid und hoffe auf einen schönen Abend heute. Musik Ich denke doch. Und es sind ja zwei Teile eigentlich, ne? Naja, es ist so, wir haben diese 80er Jahre Revival. Und Falco ist ein zweites Projekt von uns und wir wollten das verbinden. Weil ja Falco 80er Jahre, größte Hits war, Amadeus 80er Jahre, Kommissar, jeder weiß das noch. Und so haben wir das in diese Form gesetzt und haben gesagt, wir wollen das genau so präsentieren. Und so ist es zustande gekommen und wir freuen uns natürlich, dass das heute so erfolgreich vonstatten gehen kann. Musik Wie lange habt ihr denn da Vorlaufzeit gehabt? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Wir haben circa neun Monate Vorlaufzeit gehabt und wir haben sehr viel geprobt, sehr viel Show gemacht in der Zeit. Und wir haben aber ein sehr schönes Team, sehr tolles Team und somit haben wir das eigentlich mit Spaß, neun Monate mit Spaß erlebt. Musik Ist das Umziehen nicht stressig dazwischen? Es ist schwer stressig, weil für uns Männer ist leicht, anders Level, andere Schuhe, andere Hose, geht relativ schnell. Bei den Damen ist es extrem aufwendig und das dauert dann wirklich oft. Wenn wir Männer dann ein Lied singen, können sie die Damen dann dazwischen umziehen und das ist schon sehr stressig. Na dann sind wir schon gespannt drauf und wie sagt man, Hals und Beinbruch, oder wie? Hals und Beinbruch und über die Schulter spucken. Genau. Ja, genau. Okay, ciao. Ciao. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Musik Jeder war ein Trotz der Wege, die sich gekämpft. Und du bist ein Dichter Dichter Dichter, Sausgeschütz und Rekker Liedergrössung. Du hast ihn doch nur, girls, bring me in! All in all, it's just a hell of breaking into all. All in all, we got an мод! All in all! All in all, we got an opinion, very nice.